und damit schön dass ihr heute wieder eingeschaltet habt in diesem video geht es um das Xiaomi Redmi K60 und das Xiaomi Redmi K60 Pro diese beiden Modelle die frisch erschienen sind wollen wir uns heute mal gemeinsam anschauen ein bisschen durch analysieren und schauen was sie so können und auch miteinander vergleichen und das wollen wir heute mal machen kurzer Disclaimer noch bevor das eigentliche Video losgeht ich würde mich selber like und vor allem auch über ein Abo freundet ihr mich unheimlich supporten wir stehen jetzt kurz vor den 900 und da würde ich mich um jedes Abo freuen das wäre ein sehr sehr neiser Support jetzt geht es aber auch schon los mit dem eigentlichen Video fangen wir mal ganz basic an wir haben hier bei beiden Geräten 6,67 Zoll großes Display das ist auch grundlegend identisch OLED 120 Hertz Dolby Vision HDR10 Plus 1400 Nits in der Spitze und eine PPI von 526 das ist schon wirklich sehr sehr ordentlich das ist ein Traum Display und ich glaube auch nicht dass man da so schnell ein besseres Display finden wird also es gibt natürlich bessere von Xiaomi selbst aber es ist schon wirklich in der Preiskategorie mit das Beste was man so bekommt auch mit der höheren Auflösung was auch schon ein Punkt ist und noch den 120 Hertz auch wenn wir keine anpassbare Bildwiederholrate haben sondern immer die 120 Hertz oder 60 je nachdem wie man es einstellt finde ich das schon sehr sehr ordentlich auch die Display Diagonale mit 6,67 Zoll ist meiner Meinung nach komplett in Ordnung so es ist zwar ziemlich groß aber noch nicht so riesig ich mag zwar 6,4 Zoll persönlich immer ein wenig lieber aber das ist ganz Geschmackssache das ganze kommt auch direkt mit Android 13 und MIUI 14 auch das sehe ich was sehr positives dazu haben auch beide Geräte hier einen Top Prozessor das normale K60 hat den Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 das ist nicht der beste Prozessor zur Zeit aber sagen wir mal im Android-Bereich Top 3 und im Pro-Modell kriegen wir dann den allerbesten zur Zeit zumindest im Android-Markt da haben wir dann den Snapdragon 8 Gen 2 was zurzeit der beste Prozessor überhaupt ist und der liefert schon eine sehr sehr ordentliche Leistung da kann man sagen was man will der geht auf jeden Fall gut ab sonst hier relativ der Rest identisch ein einzigster Unterschied das liegt hier aber noch ein bisschen in der Waage ist dass wir bei dem Pro-Modell vielleicht teilweise sogar noch UFS 4.0 bekommen das bezweifle ich aber sehr und das wird wenn er nur unter einem sehr sehr hohen Aufpreis sein das ist dann ein noch neuerer Standard wie gut er dann ist im Vergleich zu UFS 3.1 werden wir sehen ich bin auf jeden Fall gespannt würde mich aber tatsächlich ein wenig verwundert wenn wir das hier wirklich bekommen würden wäre aber natürlich sehr sehr cool weitere Unterschiede zwischen den Geräten ist die Hauptkamera die Nebenkameras mit einem mit dem 8 Megapixel Ultraweitwinkel und 2 Megapixel Makro Kamera sind identisch bei dem Redmi K60 haben wir einen 64 Megapixel Sensor den kennen wir finde ich sehr schade dass man hier den verbaut der haut dann echt nicht vom Hocker daher sind sie mittlerweile glaube ich drei Jahre alt oder so das ist halt wirklich nicht mehr das was ich so erwarte hat zwar trotzdem gute Bilder aber ist halt nicht das was ich mir vorstelle bei dem Pro-Modell haben wir dann einen ganz neuen 54 Megapixel Sensor den haben wir so noch nie gesehen bin ich auf jeden Fall durchaus gespannt was der dann so zum bieten hat sonst die Sachen sehr sehr identisch was mich auch ein bisschen verwundert dass wir hier auch 8K Videos bekommen sollen bin ich auf jeden Fall sehr gespannt wie das dann so funktioniert teilweise auch stabilisiert da bin ich schon wirklich sehr sehr gespannt was hier dann so geht beide Geräte bis jetzt eine 16 Megapixel Frontkamera dieses in der Mitte oben hier seht ihr es ganz oben in der Mitte des Gerätes kann man jetzt darüber diskutieren ob man dieses Punchroll mag oder nicht ist aber meiner Meinung nach völlig in Ordnung auch vor allem für den Preisbereiche auch Stereolaussprecher haben wir bei allen Geräten ähm bei beiden Geräten 3,5 Millimeter Klinkenbuchse haben wir leider mal wieder nicht ähm das liegt aber bei ja bin ich zwar immer noch schade dass man die abgeschafft hat aber das ist halt eben auch vollständlich und sieht man eigentlich bei so gut wie keinem Gerät mehr wirklich dass wir hier ähm einen Audioanschluss hätten obwohl ich den manchmal schon vermisse vor allem als so ein Boxen oder so anschließen war der schon immer ganz cool aber gut auch sonst die restlichen Sachen auch noch ziemlich identisch wir haben hier ein Fingerabdruck sind so unter dem Display ähm hier seht ihr das Gerät gerade rechts nochmal ähm sehr schön ähm hier hat das meiner Meinung nach schon ganz coolen Look Kameraelement relativ standardhaft aber links und rechts so einen kleinen Balken drin finde ich ganz nice ähm das hat auch so eine leichte Schraffierung drin ähm kommt auf die Farbvariante an das hat dann auch einen ganz modernen Look meiner Meinung nach muss aber jeder für sich selber entscheiden ob einem das gefällt ist auf jeden Fall nichts abgespacedes hier seht ihr das auch nochmal in den verschiedenen Farben die schwarze Variante hat dann nochmal links und rechts auch auf den kompletten auf der kompletten Rückseite so eine leichte ja ich nenne jetzt mal Schraffierung oder wie so ein leicht Carbon Look oder so kann man das glaube ich ganz gut beschreiben drin finde ich auf jeden Fall durchaus ganz schick geworden ähm jetzt aber noch ähm zum äh Thema laden und wir haben bei beiden Geräten ähm einen 5000mAh großen Akku ähm hier den wir hier auch recht ordentlich laden können so kann das K60 normal ähm mit 67 Watt geladen werden per Kabel und kabellos mit 30 Watt ähm cool hätte ich vielleicht noch gefunden wenn wir hier ähm 80 Watt mit Kabel gehabt hätten oder so das wäre natürlich doch ganz nice gewesen bei dem Pro Modell ähm bei dem Pro Modell ähm besitzen wir dann ähm Kabel verkabeltes Lad mit 120 Watt was schon deutlich deutlich besser ist ähm ähm so sollen auch ähm in 19 Minuten 100% geschafft werden das ist schon wirklich durchaus ordentlich ähm aber auch hier nur mit 30 Watt für Kabel äh kabelloses laden und auch das finde ich durchaus ordentlich ähm kann man hier wirklich nichts sagen hier seht ihr auch nochmal die dunkle Rückseite mit diesem ja Carbon Look trifft es glaube ich ziemlich gut ähm habt ihr gerade gesehen sah meiner Meinung nach auch meiner Meinung nach auch ziemlich schick aus auch hier aber die Farben finde ich alle im Allgemeinen sehr sehr in Ordnung und kann mich da wirklich nicht beschweren äh ich hoffe euch hat das wieder gefallen wie gesagt ihr für mich selber ein Like und vor allem auch über ein Abo freuen vor allem mit dem Abo würdet ihr mich unterstützen und dann gehen wir jetzt so ins neue Jahr ich wünsche euch allen ähm dass ihr ein gutes Jahr habt und zusammen stehen wir das durch und ich hoffe wir sehen uns auf dem nächsten Video wieder bis dahin reingauen